hallo hallo und willkommen zu einem neuen ocugen update ocgn wurde von vielen noch mal angefragt wir hatten jetzt ja auch eine schöne reaktion auf unsere unterstützungszone werden wir uns gleich mal anschauen sogar genau auf dem zielbereich dann denn das war ja eine relativ große unterstützungszone aber innerhalb dieser unterstützung haben wir ja einen zielbereich definiert gehabt das werden wir uns gleich noch mal anschauen für alle die neusen auf diesem kanal noch mal übergeordnet diesen chart anschauen hier ist natürlich noch mal der hinweis natürlich ein sehr risikoreicher chart bzw aus chance risikosicht wie auch in den letzten updates erwähnt ja eigentlich relativ attraktiv aber was jetzt die wahrscheinlichkeiten angeht erstmal ist natürlich sehr volatil da muss man aufpassen dass man sich nicht überschätzt auch was die positionsgrößen angeht ganz ganz wichtig weil man kann die beste analyse haben man kann es mit der falschen positionsgröße alles komplett zerstören ja denn zum beispiel kann die trade idee bzw der trend kann natürlich in die richtige richtung gehen aber man kann durchaus wenn man sich überschätzt da rausgeschmissen werden aus dem trade zum beispiel beziehungsweise ja man kann einfach panik kriegen bei solch volatilen charts wenn es halt auch mal 10 20 prozent rauf runter geht an einem tag ja und wir hatten jetzt hier mal 20 prozent aufwärts ging es jetzt das war gestern meine ich schauen wir mal an auch noch mal der hinweis ich ich habe ja diesen chart jetzt hier nicht als wie oder ich analysiere den ja hier nicht weil das so ein toller chart ist ja das ist ja ein chart der von vielen angefragt wurde also ich würde selber mir andere strukturen und charts aussuchen mit einer besseren elliot wave struktur das hier ist ja wie schon erwähnt zweifelhaft nach oben man kann das als impuls zählen dann ist aber der rücksetzer der war tiefer als ideal ja und dennoch ist es natürlich möglich dass also entweder startet er halt von hier die große rallye oder es gibt nochmal ein ganz neues tief ist auf jeden fall sehr tief an einer vorherigen unterstützungszone ist aber zu tief gelaufen damit das hier eine zuverlässige 1 2 struktur ist die dann eben in der welle 3 nach oben führen würde eine 4 und 5 damit wir diese mondziele bekommen auf diese würde ich mich überhaupt nicht konzentrieren hier 600 dollar oder so komplett unrealistisch zumindest mal aus aktueller sicht ja und deswegen ist es immer so wenn wir dann eine zweifelhafte aufwärts struktur haben und der rücksetzer auch noch sehr tief war dann trecke ich das eher und das ist oftmals realistischer und auch oft korrekt trecke ich das erst mal als abc struktur der vorteil ist dass man erst mal auf der hut ist so eine c welle kann auch ein impuls werden und so eine c welle erreicht in der regel die 100 prozent extension da reden wir über die 37 dollar ja es kann natürlich auch komplett fehlschlagen wie gesagt dieser chart ist nicht wirklich was jetzt aus elite wave sicht angeht was jetzt die vorhersagende wirkung ist jetzt nicht so attraktiv und da würde ich mir eher andere charts aussuchen hatten wir auch schon einige male hier auf diesem kanal einige trade setups und so weiter die sind halt nicht so beliebt ja und ich muss ja auch darauf hören was ihr sehen wollt ich sage das nur noch mal weil das sind natürlich dann analysen hier weil sie angefragt werden ja von vielen die eben diese aktie sehen wollen ein video und da muss man eben dann immer noch mal ein bisschen bremsen und sagen ja aber dieser chart ist jetzt nicht unbedingt der attraktivste aus elite wave sicht elite wave benötigt um wirklich gut zu funktionieren einen nachhaltigen aufwärtstrend das ist das beste ja eine fünfteilige bewegung wenigstens mal ja die hatten wir hier aber ich kann das dann nur erwähnen aus qualitativer sicht mit den einschränkungen ja und zwar dass wir eben hier wirklich das könntest du auch als dreiteiler zählen nach oben deswegen passt das auch mit der a welle deswegen passt es auch dass hier vielleicht diese b welle sehr tief war also das einfach aus verständnis sicht nochmal ja zum verständnis jetzt gehen wir mal auf die kurzfristigere struktur und wir sehen ja trotzdem dass die parameter schön respektiert werden also wir hatten ja seit diesem tief ob ich das jetzt als welle 2 bezeichne oder als b welle spielt keine rolle die bewegung nach oben kann man jetzt erst mal als sich noch entfaltende fünfteilige struktur zumindest mal interpretieren ja das ist eine mögliche variante und zwar jetzt mal eigentlich mal schauen ob wir hier sogar eine trendlinie ziehen können ja bisschen schwierig schauen wir mal ob der da vielleicht so ein preis kanal gefällt mir jetzt nicht so gut nehme ich auch mal wieder raus es geht eher darum dass wir gesagt haben ja wir haben eine mögliche Diagonale die sich hier noch entfaltet hatten drei wellen in der welle 1 drei wellen in der welle 2 drei wellen in der welle 3 dann wäre das hier eine welle 4 und haben wir gesagt okay wenn das jetzt hier eine abc bewegung nach unten ist kann das halt hier die 4 sein und da kann man auch nach einer position suchen nach einem einstieg und wer das halt gemacht hat ja sehr schön dann laufen nämlich jetzt nach oben in der welle 5 das ist so die eine idee die wir haben also dieser chart hat sich da jetzt auch nicht verändert dahingehend und das ziel nach oben wäre dann eben das ist jetzt so ein bisschen ambitioniert aber da sprechen wir über die 2.070 bis 3.060 das sind jetzt erst mal so die standard projektionen man muss das aber jetzt noch mal gegenchecken denn dadurch dass wir jetzt ein mögliches welle 4 tief haben können wir auch eine andere messmethode anwenden und zwar nehmen wir die länge der welle 1 bis 3 gehen zum tief der welle 4 und dann schauen wir mal nach dem 38 zweier extensionsniveau und dem 61 8 das sind noch mal so zwei niveaus die man da jetzt noch mal gegenchecken kann ja da kommen wir auf 2.28 würde ich das erste mal als ersten widerstand ansehen und dann 3.50 ihr seht da haben wir einen ganzen bereich wo auch gewisse gewisse tendenzen erkennbar sind gewisse überlappungen und dann kann man noch nehmen nur die länge der welle 1 geht zum tief der welle 4 aber dann müssen wir die 100 prozent extension nehmen das sind jetzt einfach verschiedene varianten und dann schaut man wo habe ich den konfluenz und ihr seht schon ich habe hier eine gewisse übereinstimmung um den 2.30 bereich da würde ich auf jeden fall mal schauen dass da ein widerstand vielleicht sein kann ja und das wäre jetzt halt erst mal das so die primäre zählung jetzt dass wir hier halt die drei wellen hatten nach oben und dann halt hier die welle 4 das war ja eine sehr schön erkennbare abc struktur sehr schön die marktstimmung erkennbar und dann wäre das jetzt eine welle 5 nach oben die soll sich aber auch als abc struktur entfalten das ist jetzt erst mal so die idee dass das jetzt vielleicht die a welle ist dann kommt noch eine b und noch eine c und das sind jetzt erstmal so die groben tendenzen die man da erkennen kann mehr kann man mit elliot wave ja auch nicht machen also tendenzen erkennen gerade innerhalb einer diagonal bewegung ist das nochmal sehr schwer aber deswegen haben wir dann eben die unterstützungen die haben wir ja definiert da sollte der preis ja dann auch reagieren hatten wir einmal die unterstützungszone für die gesamte welle 4 zwischen 85 cent und 1 dollar 48 wobei ich erwähnt habe dass im idealfall die welle 4 gar nicht unter das 1 dollar niveau läuft weil einmal psychologische marke aber dann auch das 50er retracement und dann haben wir ja anhand der a welle nach unten nochmal die ziele für die c berechnen können und da hat er genau gewendet das ist natürlich jetzt schön jetzt ist es so dass wir erstmal so die primäre zählung es kann sein dass die dass die welle 2 hier schon am laufen ist aufgrund dieser unklaren übergeordneten struktur ist es gut möglich dass das hier dass die 1 schon fertig ist aber als dreiteiler ja dann wäre nämlich die übergeordnete c welle eine endende diagonale das führt jetzt vielleicht zu weit aber das wäre halt möglich dann wäre es jetzt so dass wir in der alternative hier nur die a welle hatten er macht jetzt eine b und kommt dann nochmal runter in der c irgendwie das muss man dann nochmal genauer sehen das heißt das ist durchaus natürlich möglich das heißt das muss man selber dann schauen wie das in das eigene trade management passt das heißt wenn wir jetzt hier diese rallye fertig haben die ja in der weißen struktur eine a welle ist es könnte auch nur eine b welle sein das wäre erstmal nur die alternative weil ich erstmal danach schaue ob er eine schöne fünfteilige aufwärtsstruktur ausbaut das ist erstmal so das wonach ich primär schaue man kann sagen die weiße struktur gilt als primäre zählung solange dieses 1,13 niveau hält ja und das ist halt dieses letzte tief vom 25 24 april solange das hält kann ich mit der weißen struktur fortfahren sobald das ding bricht sind wir wahrscheinlich in der c welle nach unten da müssen wir dann nochmal genau schauen wie die struktur aussieht das nun mal als aktuelles update zu ocjn ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen ein abo und ein kommentar schaut auch gerne mal bei patreon vorbei link findet in der video beschreibung dort aktualisieren wir den s&p 500 auf täglicher basis und auch viele aktien ocjn ist da nicht dabei aber sind halt hauptsächlich der s&p darum geht es eigentlich ist nur in englisch verfügbar aber das macht vielen ja nichts und ansonsten soll auch bald noch ein deutsches paket da kommen ansonsten schönen tag bis dann ja